Boss, wir sind da! Komm her! Geh! Komm runter! Ja! Der letzte Mal warte ich nicht mehr auf! Ok Boss! Du komm her! Du komm her! Du komm her! Du, du, du! Geh, geh, geh! Runter, kommen! Aber warum? Zu kurz! Alles runter! Komm rein jetzt! Ok Boss! Hey, Hunde! Wo ist das Papelus Körner? Ihr kleiner Pisser, wo ist Papelus Körner? Du Pisser! Wo ist Papelus Körner? Wo sind die Körner? Wie redest du, du Kind? Wo sind Pablos Körner? Du bist gelaufen, der Leiche. Ich reiße mich noch einmal an und breche die Nase. Hast du mich verstanden? Deine Körner holen wir. Oh Allah, der redet mich hier wie Terminator an. Allah, wir holen deinen Körner. Halt die Fresse, wo ist Pablo? Pablo? Pablo hat ein Ding. Wo die Gäste der Herr, der Hund? Oh Allah, der Boss braucht langsam einen Dolmetsch. Will ich den Kellner? Komm dann, ich hol den Pablo. Du hol deine Frau, du mach. Du hol deine Frau. Komm mal runter, Alter. Hier, dein Pablo. Ich will den Körner, mach keinen Dolmetsch. Ich will meinen Körner. Diese Hunde. Babio hat einen wie ein Lübel gekriegt. Rede nicht so viel und mach deine Arbeit. Wie redest du mit mir, Allah? Ich hab die Fresse, der hat recht. Allah, raus, haut ab. Oh mein Körner. Ja, ist okay. Allah, Bilal, wir gehen. Auf den Boss muss ich hören, auf dich muss ich hören. Und jetzt auch noch auf den Vogel. Ich bin der größte Hund. Wo fangen wir an zu suchen? Fahr irgendwo hin, Mann. Wir machen das Job. Sag doch mal. Fahr doch einfach, Mann. Junge, du fackst mich scheiße ab, Alter. Wir machen einfach. Wir gehen. Was ist das, Alter? Ihr seid alle runter. Wer kommt da rein? Mach dir keinen Kopf, Boss. Keine Ahnung, wer sich traut, dich einzubrechen, Boss. Wir packen ihn. Wir packen ihn heute. Ich hoffe, ich will ihn heute. Gib dir auch eine. Bilal, der hat Pablo's Körner. Siehst du den? Wer, der? Ja, der hat letztens Floyd Mayweather geschlagen. Sag, Wallah, der sieht doch gar nicht so aus. Ja, guck nicht so, der ist krass. Wenn der krass ist, ich bin krasser. Wir packen den. Wer ist Floyd Mayweather, Wallah? Ja, Mann. Ich bin in der Schulschule, Alter. Ja, ja, du bist krass, Boss. Was willst du mich denn? Katz, bitte. Lass uns doch reden. Ich will nicht mehr. Katz, bitte. Lass uns doch mal reden. Es ist vorbei. Katz, du weißt, doch ich kann ohne dich nicht. Was willst du? Ich will nicht mehr. Lass, warte doch mal. Oh, die fack mich nicht ab. Jede Frau, check mich nicht. Was ist los, Boss? Wenn ich dann nachher ein Stück treibe, dann hat man Schluss. Scheiße auf die. Halt du mal deine Fresse. Ein Broto ist wieder ins Kindergarten. Wo sind die Kinder, Mann? Ey, ich hab mich nicht abgeholt. Wo sind die Kinder, Mann? Ich hab mich nicht abgeholt. Ich nutze. Wo sind die Kinder? Ey, Willen. Ey, Willen. Ja, Elli, gib ihm. Gib ihm. Du nimmst die Rote auseinander. Komm. Du Pisser, lässt du dich von einem Kitz schlagen, Mann? Holla, wie stark. Machst du dich stark, Mann. Ja, Elli, du hast es richtig gezeigt. Hör mal zu, ich pack mir den Kleinen. Komm einfach mit. Rell einfach mit, okay? Ey, ey. Ey, ey. Ey, pack mich nicht abgeholt. Ich hab mich nicht abgeholt. Hilfe. Hilfe. Hey. Warte, warte, warte. Okay, okay, okay. Tut mir leid. Tut mir leid. Du kleine Pisser, wo sind die Kinder, Mann? Ich hab die nicht. Wie, du hast die nicht? Ich hab die nicht, sag ich. Warte, die Bulle, die Bulle. Warte, 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 warte. Mann. Tut mir leid. Tut mir leid. Ey, ey. Ey, ey. Komm, komm. Mann, setz dich doch. Komm, Rolla, wie klein der ist. Eine Bombe um den Wind. Psch, die hat uns reich. Der kleine Pisser. Wie redet der mit seiner Frau? Ich kann froh sein, dass du auf deinen abtrickst. Ich glaub, die sieht aus wie mein Fuß. Boss, fertig. Komm, dann spiel, ihr Väter. Ja. So, jetzt aber. Das ist der Typ. Nach der? Nach, ich kenn den. Ich weiß, er tut Menschen Unrecht. Nach der hat zehn Leute auf Gewissen gehabt. Aber heute holen wir unser Hack. Ja, Mann. Kleine Kartoffel, ha? Bist du dich am tarnen? Heute holen wir dich. Los, los, los. Wir packen dir los. Hey! Woher gehst du? Ja, nein! Deine Hund! Du Spass, ey! Entschuldigung! Ich bin der Pyrrhaal. Ich muss reden. So, so hey. Hey, ich bin ausgezogen. Wir haben nichts gemacht. Halt deine Frisse! Sag den! Leider versteht das so nicht. Halt bitte den Mund. Ihr verwechselt mich. Ich war es nicht. Wir nehmen dich jetzt mit. Sei ruhig. Nein, bitte. Nimm mich nicht mit. Ich bin unschuld. Halt deine Frisse! Komm jetzt! Lester! Keine Ahnung. Mach auf! Boah! Nicht wieder, ja? Schatz, wie soll das? Nicht schön! Schatz, du sagst nicht! Gib mir weg! Bruder, was war das für eine krasse Frau? Boah, da frag ich mich auch. Was soll das halt? Hat er noch nie eine Pause gesehen? Ey, ich hab doch nichts gemacht. Ich auch nicht. Ja, komm, 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 komm. Jawos. Schatz, wieso machst du Sonja doch auf damit? Boah! Schatz, lass uns doch kurz reden. Bitte! Nein, ich bin nicht mehr gering! Bitte, gib mir eine Chance. Eine letzte! Oh, was bin ich von mir? Schatz, bitte. Ich tu doch alles für dich. Nein, ist das Schluss! Boah, Schatz, bitte tu uns das nicht an. Boah, bin ich so geil? Ja, Schatz, ich will nur dich. Na gut, ich hätt deine Chance. Boah, Schatz, danke. Du bist der Best. Ja, dann geh, mach mal Ärzte fertig. Ja, aber. Okay, Schatz, ich mach dein Geflings-Erzte. Boah! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Was ist denn los? Der stirbt, der stirbt, der stirbt! Lass mich los! Lass mich los! Wie war das? Halt deine Fresse! Halt deine Fresse! Komm mit, komm mit! Was ist denn los? Was ist denn los? Meine Fresse! Halt deine Fresse dahinter! Ich komm zum Frühstück, Mami! Gleich gibt's Mittagessen! Am Friedhof! Ich bin der Vater von allen. Ja, Mann. Habt ihr verstanden? Verstanden. Du bist dein Kleid und du bist dein Kleid. Verstanden. Du bist dein Kleid und du bist dein Kleid. Hallo! Yo, Boss! Wir haben den Pistar gepackt! Haben die gewonnen? Ja, wir haben den! Ich hab den Ball! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Was ist los? Boss! Wir haben den kleinen Pistar gepackt! Ne Bruder? Richtiger Hund! Wallah! Wer dich beglaubt! Wir beglauen seine Tante! Ist okay! Halt eure Fresse jetzt! Halt deine Fresse! Was denkst du? Was sollst du pack, Alter? Guck mal! Der Boss ist der Boss! Du möchtest gern Bandaner halten! Ruhe! Der Typ ist auf den Knie noch größer als ein Mini-Bird. Du Pistar hast du mich geklaut? Welche Sprache sprich der muss eigentlich? Schreibst du? Nein, ich hab nichts gemacht! Ich schwör! Wirklich, du Hund! Das nicht! Wirklich! Beruhe! Meine Waffe ist besser, Mann! Du bist ein Hund! Du bist ein Hund! Was machst du? Ich mach das! Äh, hat dann so gut! Ich hab einen Haustür, bitte! Fack, fack, fack! Du Hunde! Bitte! Du! Okay, mach mal sauber! Okay, Boss! Kommt jetzt! Mach sauber, ihr Hunde! Komm und weg hier! Ja, hallo! Hey Schatz! Was tut Baby? Sag mal, wo hast du eigentlich die Körner gekauft? Körner! Körner, hast du genommen? Ja, die hab ich mir gestern aus deiner Schublade weggenommen! Fuck! Bist du noch dran? Der hat doch Wahrheit gesagt! Aber muss einig! Der ist für Nüsse gestorben! Und was für Nüsse? Für Körner! Da auch Nein! Das hilft, es heilt die göttliche Kraft! ��� deleting ich season Das Ding 절�ophon Fünge Tops로! Tschüss! ед